willkommen zu einer neuen folge pokémon go auf meinem kanal ramses der dicke und ich habe immer noch ein problem mit meiner freundschaftsliste ich weiß immer noch nicht was ich machen soll aber ich habe letztens eine umfrage gestartet im community tab was mache ich nur was mache ich nur und ich sehe jetzt da sind so viele fehler drin so viele da fehlen zahlen das ist im wort falsch geschrieben da ich ja permanent die 199 freunde voll habe ich sage das ja immer ich sammle 199 und ich lasse extra den 200 platz frei weil wenn ich 200 habe und jemand was schicken will heißt es immer derjenige hat keinen platz auf seiner liste so wenn ich 199 habe dann können die trotzdem anfragen schicken sprich hier sammeln sich natürlich die freundschaftsanfragen sobald ich also mal jemanden rauskicke kann ich aus dieser liste direkt leute annehmen wenn ich 200 hätte und jemand rauskicke muss ich warten bis irgendwann vielleicht irgendjemand mal irgendwas schickt so kann ich aus der liste immer nehmen wie ich das immer alles macht mit dem aussortieren bis jetzt zeige ich euch gleich noch mal aber es werden in letzter zeit halt immer weniger leute aussortiert und es kommen immer mehr anfragen so dass ich gar nicht hinterher kommen und ich mich sehr unter druck gesetzt fühle um ehrlich zu sein deswegen habe ich noch mal eine umfrage gestartet und wir wollen uns gleich mal die kommentare dazu angucken wer was für eine meinung hat und was über wie habe ich hier auch geschrieben a weiterhin mit jedem aktiven freund bis stufe 4 leveln und dann auf klicks freunde hoffen also auf glücks freunde und das ist ja so eine sache ich mein bis stufe 4 leveln dauert ja schon manchmal etwas ne jetzt andere wie sabrina habe ich mir das video ja gestern noch mal reingezogen die sagt ganz strikt bis stufe 4 und dann trennen sich die wege ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt ich habe immer so gedacht gut bis stufe 4 und dann kann man ja glücksfreunde werden aber manchmal dauert ist es dauert von stufe 1 bis 94 tage und manche die sind schon 130 tage in der interaktion auf stufe 4 sind immer noch kein glücksfreund geworden sprich ihr wartet ihr werdet dumm und ich dabei weil einfach nichts passiert manchmal habe ich den eindruck mit manchen kann man gar nicht glücksfreunde werden während andere immer zu glücksfreunde werden also mit jedem der stufe 4 erreicht glücksfreunde noch zu machen die drinnen zu behalten um auf glücksfreunde zu machen ist eigentlich totaler blödsinn ist eigentlich totaler quatsch und das würde auch nicht gehen weil dann habe ich 200 drin und das war's jeder von denen erreicht irgendwann stufe 4 wenn er aktiv ist und dann kann ja gar kein neuer rein und die die drin sind ja da passiert im prinzip nichts großartig deswegen weiterhin mit jedem aktiven freund bis stufe 4 leveln auf glücksfreunde hoffen ist eigentlich quatsch man sollte halt wirklich nur mit den leuten die man kennt oder mit denen wo man weiß wer die ungefähr sind oder wo man sowieso jeden tag einfach so interagiert oder zusammen radet oder irgendwas macht dann hat das vielleicht noch sinn man kann nicht jeden behalten man kann nicht mit jedem stufe 4 machen und bis glücksfreunde warten dann als zweite alternative auf stufe da fehlt die vier auf stufe 4 leveln und dann löschen um platz für neue zu haben das ist ja so wie es sabrina ungefähr macht bis stufe 4 leveln raus das heißt der unterschied zum ersten ist natürlich auch wenn wir stufe 4 sind wir trennen uns nicht wir schicken weiterhin geschenke weil wir wollen ja mal glückstausch machen aber wie eben schon gesagt kann das manchmal bis 200 jahre dauern und das das bringt nichts also wäre es eigentlich gut zu sagen okay das war's tschüss klingt zwar irgendwie fies auch derjenige war immer aktiv hat immer mit geholfen und gezockt und dann wo es wichtig wäre für die glücksfreunde wird einfach rausgekickt klingt voll mies also das zweite klingt mies und das erste das ist utopisch das funktioniert gar nicht c schon bei stufe 3 aussortieren damit effektiver immer wieder neue leute die chance haben reinzukommen und nur vereinbar gut ist erst mal der erste teil es wäre natürlich eine andere sache weil bis stufe 3 dauert es ja nicht so lang stufe 3 sind es 30 tage es wäre viel effektiver ihr nehmt neue leute an level bis stufe 3 beim c day packt dann die wieder raus nehmen die nächsten an bis stufe 3 c day jeder ist mal drin jeder kann man mitleveln jeder hat mal die chance und viele wie gesagt sind fremden da man hat kein bezug gar nichts könnten beide die punkte immer absahen beide könnten sich anfreunden bis stufe 4 sind es dann ja nochmal extra 60 tage und ich glaube da hat man in der zeit natürlich zweimal also das doppelte an stufe 3 wieder erreicht mit anderen freunden wäre in dem sinne eigentlich sinnvoller außerdem steht da vereinzelt personen bis stufe 4 ziehen die man besser kennen zu denen größere bezug herrscht sonst was also jemand der sowieso immer im stream rumhängt jemand der sowieso immer in den kommentaren aktiv ist unterschreibt jemanden wo du sofort weißt den kannst du direkt bei facebook erreichen weil du weißt wer dahinter steckt den würde ich nicht unbedingt bei stufe 3 direkt aussortieren weil wenn der stufe 4 erreicht ist das ja immer einer mit dem du zusammen irgendwie trotzdem raten kannst mit dem du zusammen traden kannst mit dem du wo der bezug da ist wo du weißt wenn ihr glücksfreunde seid du weißt wo er ist du kommst an ihn ran was halt nicht so ist bei den vielen anfragen wo so viele namen dabei sind und ich keine ahnung habe wenn die alle bis stufe 4 gehen ich könnte bei glücksfreunde nichts machen und bei stufe 4 die dann rausschmeißen dauert halt und sie fliegen dann eh wieder deswegen weiß ich nicht effektiver wirklich um mehr neuen leuten die möglichkeit zu bieten wäre immer neue anfragen annehmen bis stufe 3 und dann wieder raus stufe 3 und dann wieder raus wer sagt das ist doch aber stufe 3 ist kein ziel bis stufe 4 und dann raus ist in ordnung dann wären das die zwei optionen die man ja eigentlich nutzen könnte aber jeden besten freund behalten und auf glücksfreunde geht eigentlich gar nicht wir wollen uns jetzt mal die kommentare angucken ich habe hier so eine liste da werde ich dann die punkte rein schreiben und wir gucken mal was ihr abgestimmt habt nachtmare zum beispiel sagt die die aktivsten auf stufe 4 ziehen und auf lucky friend hoffen alle anderen bei stufe 3 aussortieren so ja was heißt aber die aktivsten ne wenn jetzt einer neu reinkommt und schickt jeden tag ein geschenk dann ist er ja aktiv der kommt also zu stufe 3 würde problemlos auch stufe 4 schaffen aber das sind ja die meisten momentan die meisten fremden würden dann ja auch bis stufe 4 hochkommen und er sagt auf stufe 4 ziehen und auf lucky friend hoffen das ist ja das was ich die ganze zeit schon mache deswegen habe ich ja aber so viele stufe 4 freunde die nicht lucky werden wo ich bei manchen trotzdem nicht weiß wer das überhaupt ist und wer dahinter steckt trotzdem sind die aktiv die schicken jeden tag oder öffnen jeden tag ist in dem sinne also eigentlich keine lösung was habe ich da geschrieben nach der helfer hier sehe ich genauso bei einer bei einer inaktivität von zwei bis drei tagen raus aber das mache ich ja sowieso schon immer so selbst bei beste freunde wer bei beste freunde zwei tage nichts gemacht hat fliegt er auch raus am dritten tag meldet derjenige sich und sagt jo ich lag im koma dann habe ich gemerkt du hast mich gelöscht bin ich aufgewacht was für ein wunder und ich sage okay kommen wieder rein obwohl wenn die liste dann schon voll ist wird es halt wieder schwer also nach mare sagt die die aktivsten auf stufe 4 bämm alle anderen bei stufe 3 aussortieren weiß ich nicht wie man das jetzt einschätzen soll wir machen einfach mal wieso ist das jetzt nicht mehr rot diese dreckige ich habe doch hier drauf gedrückt wir machen einfach mal hier und hier stufe 3 wir machen bei beiden einfach mal ein jetzt ist das auch wieder ich will das rot bei allen wieso verstehe ich das nicht so er sagt also bis stufe 4 aktive andere so stufe 3 zählt für beides ich würde mit jedem bis einmal glücksfreunde leveln dann tauschen und dann löschen dass auch andere ein reinkommen das finde ich zum beispiel quatsch denn wenn ich mit jemand level und der nach zwei in der aktion bei best friend direkt glücksfreund wird und ich sehe schon wir sind schon mal glücksfreunde geworden dann ist ja die wahrscheinlichkeit groß dass wir wieder glücksfreunde werden und wenn ich denjenigen gut kenne und ich sehe mit glücksfreunden das klappt auch dann denjenigen rausschmeißen wäre eigentlich quatsch wie gesagt bei anderen ist man schon 120 130 tage dran bei beste freunde jeden tag eine interaktion zu machen und die werden einfach nicht glücksfreunde und wenn sie dann glücksfreunde werden würden würde ich nicht mal wissen wer die sind also ist es ja quatsch mit jedem besten freund bis glücksfreunde warten und dann bei glücksfreunde löschen ist also ja würde aber da rein zählen können wir mal hier in die kategorie rein zählen mal gucken geht wieder nicht ist das ein schrott ich es ist doch auf rot gestellt antwort a die leute die mit dir auf beste freunde level sind haben ja auch meistens täglich mit dir interagiert um dorthin zu kommen und tun dies noch da du ja auch inaktive löscht haben andere die chance irgendwann mal auf die fl zu kommen gruß karsten hm er ist also dafür trotzdem alle zu behalten und nur wenn einer mal nichts macht einfach hier zack raus mavillo würde einfach inaktive freunde entfernen ich habe drei antwortmöglichkeiten und er sagt entfernt doch einfach inaktive mache ich doch mache ich doch jeden tag jeden tag aber das problem ist dass wenn man immer inaktive entfernt irgendwann wirklich nur noch aktive da sind wen will ich dann noch entfernen ich kann keinen mehr entfernen c weil das schlau wäre und toll für die community sagt nanzor gut das ist natürlich klar die leute die nicht in der liste sind die würden eigentlich alle geschlossen c antippen das wären schon 99 leute in dem oberen beispiel oder andere die sagen ihnen reicht das mal bis beste freunde und dann den anderen den platz überlassen die so ehrenhaft sind würden das auch so machen hier warum sollte man aktive leute kicken wenn man irgendwann vielleicht zu viele beste freunde hat so dass es langsam schwer wird ep zu machen kann man immer noch mal darüber nachdenken ein paar leute zu löschen ja aber warum sollte man aktive kicken vielleicht weil man bei lucky friend eh nicht tauschen kann weil man nicht weiß wer die sind auf der anderen seite auf der anderen seite er sagt wenn man zu viele beste freunde hat ich würde sagen ich bin schon an dem punkt dass ich zu viele beste freunde habe deswegen sich gar nichts mehr groß an der liste ändert also trotzdem hat er a gesagt also wir geben mal a einen punkt auch wenn ich die begründung nicht mag lol c würde ich sagen eine coole junge genau wir machen also bei c einen punkt hin das passt jetzt habe ich auch noch ein t gemacht statt ein i die idee von nachtmare ist gut was hat er nachtmare wieder alle auf stufe 4 und bis lucky friend zack alle anderen bis stufe 3 aussortieren das ding ist wenn die nicht aktiv sind dann kommen sie ja gar nicht erst bis stufe 3 aber nachtmare der andere sagt nachtmare genau also machen wir hier einen punkt hin gucken weiter c würde ich sagen ne ach ne hier ich fahre mal mit antwort c der moxley schreibtisch also auch hier hin eindeutig aktive leute beibehalten es sind leute die dich in deinen youtube anfängen unterstützen ich level ja nicht mit dir hoch um dann wenn man vor beste freunde steht gekickt zu werden hier sollte das motto gelten wer zuerst ramses unterstützt im sinne von videos schauen etc mal zuerst joa aber das heißt die kennen mich also sind sie da wer mich neu kennt der hat pech aber wer mich neu kennt das soll der eigentlich kein pech haben so ach ich weiß es nicht er sagt aktive leute es geht doch nicht darum aktiv ja wir müssen trotzdem hier eins hin machen so hab ich den überblick verloren A mit anschließendem aussortieren was ist denn ich soll jeden bis stufe 4 ziehen und auf glücksfreunde hoffen und anschließend aussortieren nach was aussortieren das ist für mich weiß ich nicht als ob man jetzt das den A würde ich sagen ohne begründung einfach nur A aber da steht also machen wir zwei mal A dazu shiny eric und okim sagen beide C machen wir auch mal hin Kevin Bittner C und das ist ne Sache Kevin Bittner zum Beispiel ist best friend ist stufe 4 aber er selber sagt auch schon bei stufe 3 aussortieren Leon einfach nur äh kicken ja wen kicken Junge ich hau doch eh die inaktiven immer raus äh kicken wen denn kicken alle alle stufe 4 freunde kicken ja meine annehmen A nehmen wir nochmal A dazu C nochmal C so da steht A da steht A da hab ich aus Versehen bei C gemacht da steht nochmal C da haben wir A A ach ich raps nicht edit mal alle edit auch zurück ihr könnten wir eine FA schicken nehmen wir jede FA an die zwei sind neu die hab ich noch gar nicht gesehen sehr schön komischerweise sieht man jetzt dass man bis stufe 4 leveln soll und dann jeden behalten soll Halt doch jetzt mal die Schnauze Mann was ist denn immer zu ein wildes Knacklion extrem Radfratz vielleicht sollte ich mal hier diese nicht stören so das überzeugt mich trotzdem nicht diese diese Abstimmung die grad da ist denn viele schreiben einfach A ohne irgendwas und A geht auf jeden Fall nicht haben wir ja schon gesagt A ist kacke so wie es komischerweise so wie es Sabrina macht hat nur ein einziger gewählt und das wurde nicht mal gewählt es kam nur so rüber auf stufe 4 leveln und dann löschen und Platz für neue zu haben so macht es eigentlich jeder aber ihr seht die Community sagt nein man nicht auf stufe 4 aussortieren mach stufe 3 und das sagen dann die die vielleicht schon stufe 4 sind weil die fühlen sich oben sicher und die neuen denken sich verdammt Junge und die neuen sagen nein mach bis jedem stufe 4 und behalte dann alle auf stufe 4 sodass keiner mehr nachrutscht also es ist ein riesengroßes gebambel man blickt auf jeden fall nicht durch ich habe jetzt hier mein Bildschirm mal drauf ich möchte euch jetzt auch direkt hier in der in der krassen schwarzen Übersicht dass ihr einen größeren Bildschirm habt nochmal fix zeigen wie ich normalerweise aussortiere immer wenn ich abends Geschenke mache sortiere ich das hier auch nach Geschenken ich sehe jeden der mir ein Geschenk geschickt hat ich sehe jeden der mir kein Geschenk geschickt hat so unknown brauche ich nicht ansprechen hat noch ein Geschenk ist ein Account aber von mir mit dem interagiere ich sowieso jeden Tag wir haben hier zum Beispiel Leon Leon hat mir kein Geschenk geschickt wenn er bis heute Abend kein Geschenk geschickt hat hat er schlechte Karten denn ich habe ihm gestern schon ein Geschenk geschickt das heißt entweder müsste er meins bis heute Abend aufgemacht haben oder mir eins schicken das zeigt mir er ist aktiv in der Freundschaftsliste ich meine klar es gibt so viele Leute die haben zwei Millionen Freunde und sagen sich ja ich kann halt nicht jedem eins schicken aber es gibt halt Leute die sind drin und die sagen vorrangig boah ich muss frühs auf muss ein Geschenk holen und das direkt dem Ramses schicken weil das ist es mir wert da auf der Liste zu sein ich zwinge niemanden so zu denken aber es gibt die Leute die sind das so hinterher dass die zuallererst dem Ramses ein Geschenk schicken und der Rest ist egal und wenn es dann aber die Leute gibt die schicken einfach irgendjemanden und der Ramses ist einfach nur einer unter vielen in der Liste dann ist es denen ja auch nicht so wichtig unbedingt mit mir befreundet zu sein und dann können die ja trotzdem wenn die rausfliegen mit anderen agieren aber Platz für die haben die unbedingt mit mir zusammen sein wollen befreundet sein wollen so wenn ich abends Geschenke mach ich nehme die Geschenke nicht an wenn welche drauf sind ich schicke immer demjenigen wenn ich demjenigen nicht schicken kann wie hier beim Leon dann nehme ich sein Geschenk an denn wenn ich sein Geschenk an nehme ist sein Joker sozusagen weg und er muss öffnen oder er muss mir am nächsten Tag eins schicken wenn ich am nächsten Tag nachdem ich seins geöffnet habe aber keins mehr von ihm habe und ihm immer noch keins schicken kann dann fliegt der abends raus weil dann hat er zwei Tage so zu sagen nichts gemacht wenn er den ersten Tag nichts macht weil ich ihm nichts schicken kann er öffnet nicht ich aber als Reserve sein Geschenk habe ist das okay dann kann er einen Tag mal nichts machen denn ich habe sein Reserve geschenkt wenn er aber den zweiten Tag meins immer noch nicht geöffnet hat und neben dem öffnen auch nichts geschickt hat hat er ja zwei Tage effektiv nichts gemacht also fliegt so jemand dann raus hier habe ich vorbelastet vorbelastet ist auch in unserer WhatsApp Gruppe dabei wenn ich heute Abend Geschenke mache und keins von ihm drauf habe kann ich ihm trotzdem eins schicken sprich er hat gestern mein Geschenk was ich ihm gegeben habe aufgemacht wir haben interagiert ich kann ihm heute ein neues schicken ist eine Interaktion was haben wir noch A-Rise bei A-Rise ich meine das ist eigentlich ein klares Ding dem konnte ich gestern ein Geschenk schicken aber hier steht ja schon vor mehr als zwei Tagen aktiv ist aus dem N.H.R. Battle ein Kollege eigentlich aber ich glaube bei Pokemon das ist für ihn jetzt nicht so die Welt A-Rise wenn ich heute Abend kein Geschenk von ihm drauf habe und er meins immer noch nicht geöffnet hat fliegt er auch raus habe ich schon wieder zwei Sachen voll Black Wolf ab soll ich habe kein Geschenk drauf ich habe ihm aber eins geschickt er hat bis heute Abend sozusagen Zeit deswegen mache ich Geschenke immer ab 23 Uhr ich würde niemals frühs aussortieren wenn Black Wolf ab soll sagt oh jetzt ist 15 Uhr jetzt schicke ich dem Ramses mal ein Geschenk ich habe den aber um 9 Uhr frühs schon rausgekickt ist ja Quatsch wenn er heute irgendwann einen Stop dreht und ein Geschenk kriegt und mir das bis abends schickt alles easy wenn er irgendwann heute im Laufe des Tages mein Geschenk aufmacht alles easy wenn er mein Geschenk aber nicht aufmacht wenn er mir keins schickt dann ist das sozusagen ja dieses Inaktive und er würde rausfliegen Konstin kann ich schicken ist alles cool Dominik Paul kann ich schicken normalerweise alles cool und danach gehe ich immer und danach sortiere ich eigentlich aus und jetzt müsste man aber wirklich mal danach gucken wen kann man aussortieren wen kann man nicht aussortieren hier äh Wodka Hondas habe ich jetzt drauf gelassen weil da nehme ich dann an beim C-Day wenn vorher sich nichts anderes gibt oder vielleicht bei der Rage Stunde so Stufe 1 dass man das mit Glücksein noch mitnimmt ihr seht das sind die zwei Wackelkandidaten Leon und A-Rice der Bierlieferer zum Beispiel wenn ich ihm heute Abend keins schicken kann kann ich seins öffnen ich habe ihm gestern eins geschickt theoretisch kann das sein er nimmt das im Laufe des Tages an dann könnte ich ihm heute Abend ja wieder eins schicken und er hat noch seins als Reserve bei mir dass wenn ich ihm mal keins schicken kann ich das öffnen kann für eine Interaktion das sieht also immer richtig gut aus wenn Leute da sind hier bei der Dirka sieht man zum Beispiel ich habe ein Geschenk von ihm er ist blau das heißt er müsste meins von gestern schon geöffnet haben ich könnte ihm heute Abend ein neues schicken und wenn ich ihm irgendwann mal keins schicken kann öffne ich seins so jetzt sind hier viele Leute dabei unter allen die ein Geschenk geschickt haben wie gesagt die sind theoretisch eh erstmal safe wenn wir jetzt aber gehen nach dem Motto ab Stufe 3 löschen da müsste ich ja jetzt gehen wir hin Stufe 3 wenn ich sage ab Stufe 3 wird jeder gelöscht außer besondere Freunde wer zählt zu besonderen Freunden jetzt wir gucken Stufe 3 wer alles Stufe 3 ist das noch nicht das noch nicht Adriano 1892 habe ich jetzt nicht so den Mega Bezug dazu würde ich theoretisch eigentlich vielleicht löschen damit Platz für Neue ist hier dieser Mark Z das ist der Account den wir verlost haben der ist aber trotzdem aktiv würde ich drin belassen weil er aus einer ganzen Aktion dabei ist hier der zweite Account vom Sören Vorrianmann bei Vorrianmann sehe ich mindestens einmal am Tag lädt er mich zu einem Rayquaza Raid ein oder so ist sehr aktiv macht sich grad für Raids ist das nützlich Sören sowieso guter Mann Todmade habe ich keinen Bezug Maximilian habe ich keinen Bezug Little Pizza habe ich keinen Bezug Sarianea habe ich keinen Bezug direkt Sokos Rache guter Mann würde drin bleiben Weberse würde ich aussortieren 1A Berliner würde ich aussortieren Artox aussortieren Burkhard würde ich erstmal drin lassen kennt man ja aus dem Stream ist immer lustig Burkhard Chaos Ozzaro raus Eier aus HD raus Müdenhander raus Optionalismus raus Pixelplayer raus Leox raus Hanachen raus Rudian15 ist glaube ich bei den Raids grad aktiv würde ich drin lassen Kaiser raus Laugenbrot Logi raus Meisterfänger drin lassen Jörg raus Faradjan rein Neumund Saiyajin raus Procode Gaming drin lassen Juljan drin lassen unser besonderer Juljan Eisenstein Justin Leon raus Rap14 rein Skandalpara hatte ich schon mal raus hat sich wieder reingeschmuggelt seitdem mehr Kontakt alles super würde ich so eigentlich drin lassen Stoffmann bin ich mir eigentlich unsicher aber komm lass mal drin Kevmann keine Ahnung raus Timo Bogdal raus Christ raus Leon raus Niki bleibt drin Burghardt bleibt drin Cox raus Obstgarten raus Ich bin der Nils raus Jobo Jun raus Frau Deluxe bleibt drin CM Punk bleibt drin Malador raus Geitsch bleibt drin Karin Zuell bleibt drin Trainer Surups raus Burkhardt bleibt drin Leberkars Pizza Klingt lecker würde ich drin lassen dann Colt raus Jures Lucy raus 7m Brett Ben bin ich mir noch unsicher Cumulus könnte drin bleiben Glomanda Glomanda Checker raus Simba Tony raus The Godfather bleibt drin Yoda raus Kev Ludo raus King Zapdos theoretisch raus auch wenn ich ihn übelst feiere aber wie er ja immer eigentlich solche Spielchen gemacht hat Licht & Con bleibt drin Carsten bleibt drin Flex Strom bleibt drin Der der da ist bleibt drin Batman bleibt drin Sharon Pfennig raus Homers rein Julchen raus Krombacher raus Mädchen Stefan raus Apfelhex raus Max Uncharted raus Mädchen Stefan raus Dennis Weigl rein René raus Mädchen Stefan raus Poge Felix rein Sören rein Elke rein Bittner raus Bodenfliezer raus Tastef raus Aibenstolz rein Puma Luma Pingy raus Ruppersch rein Ramdusch rein Dragonite rein El Paletto rein Riese rein Dominik raus Oliversi raus Hackepeter rein Dacro rein Faustballbasti raus Also der ist auf jeden Fall auch sehr aktiv und der hat ja auch den Hitlergruß Trotzdem habe ich nicht so den krassen Bezug und ich glaube ihn würde das nicht sonderlich stören Kippen 18 rein Sabrina rein Biala rein Pogefried Pogefried Rett rein Stefan Landei hat eigentlich einen Ehrenplatz aber ich glaube er würde sogar darauf bestehen dass ich Platz für andere mache also raus vorbelastet rein RSG Tim raus Konstin Frank rein dann kommen Accounts von mir Michels Eiers Molli rein Dulli Squad rein Fetty Krüger rein Jason rein Benny rein Laser Lasse vielleicht raus Kleingeist rein Beer Benny extrem rein Krypto Saphir rein Funkham Duktsch Adi Unknown alle rein hier BisaFanTV rein Iswo rein Mr. Moonlord Kunsturin typisch Andy Aiva Bekant Bufing Mäusekind alle rein Kalsariken rein Aiva Kids Aiva Soft Aiva Mild Subasani alle rein jetzt seht ihr wie viele Leute ich theoretisch in dem Sinne löschen würde aber wie würdet ihr damit umgehen ist okay ist nur ein Spiel oder boah was für ein Wichser oder ich weiß es nicht also bei einigen die Best Friends sind die ich jetzt genannt habe werde ich glaube ich demnächst wirklich ultra ausmisten und die inaktiven fliegen sowieso raus aber auch ein paar von den Best Friends sowieso die Sabrina macht bei denen die auf dem Weg zu Best Friends sind werde ich erstmal noch ein Stück abwarten und so habt ihr dann trotzdem dieses auf Stufe 4 leveln und dann löschen um Platz für neue zu haben das wird wahrscheinlich das sein was sich durchsetzt obwohl das hier äh gerade mal einen Punkt bekommen hat im Gegensatz zu allem anderen deswegen richtig fette Sache aber so macht's jeder so macht's Sabrina so machen's alle nur mit dem Unterschied dass ich nicht jeden raus schmeiß sondern ein paar die ich gerade genannt habe auf Stufe 4 die hier drin bleiben ne deswegen ich möchte einfach nur dass das jetzt keiner persönlich nimmt oder sich angegriffen fühlt wie gesagt selbst die Leute die man raus schmeißt man kann sich ja irgendwann neu befreunden und neu leveln wenn's Spaß gemacht hat denn auf Glücksfreunde zu warten es bringt halt wirklich nicht viel das ist weiß ich nicht das ist manchmal ein Ding der Unmöglichkeit aber raus zu fliegen wieder rein zu kommen neu zu leveln selbst wenn ihr Stufe 1 mit mir dann habt wir können ja trotzdem zusammen raiden ich könnte euch einladen oder ihr könntet mich einladen das würde ja trotzdem funktionieren dazu muss man nicht best friend sein mal was tauschen würde auch gehen ne Trade Session machen sonst was nur mit dem Vorteil dass ihr nochmal die Punkte mitnehmt und das nochmal aktiv durchlauft also vielleicht ist es sogar nützlich sich nicht an dem Stufe 4 Status fest zu klammern sondern bewusst Platz zu schaffen und später sich wieder anzustellen um wieder diesen Prozess zu durchlaufen jetzt habe ich trotzdem immer noch keinen gelöscht aber mache ich ja auch jetzt nicht wenn dann mache ich das wie gesagt abends ab 23 Uhr dann sehe ich ja auch wer heute interagiert hat nochmal und bei wem nichts kam haut die raus und werde glaube ich heute Abend noch ein paar hier Visa Fan TV hat gerade geöffnet sehr schön mit dem werde ich trotzdem nie Glücksfreunde wir probieren das auch schon seit 100 Jahren aber egal das war es von meiner Seite aus ihr könnt jetzt trotzdem nochmal eure Meinung unter das Video schreiben wie ihr diese Entscheidung findet dass ich auf Stufe 4 trotzdem jetzt selbst aktive aussortiere wenn ich nicht so den Bezug habe und wenn ich finde dass trotzdem Platz für neue da sein soll und nicht strikt bei Stufe 3 lösche sondern eigentlich korrekte Leute bis zu 4 mitnehme aber wir nicht alle auf Glücksfreund hoffen dann lieber nochmal neu leveln denn meiner Meinung nach hat das trotzdem Vorteile für alle außer halt dass man dann nicht Glücksfreund wird aber das ist trotzdem so selten dass sich das nicht lohnt jeden bei Glücksfreunde zu behalten ich glaube mittlerweile blicke ich gar nicht mehr durch wie es jetzt ist und wie ich mich geeinigt habe deswegen war es das von meiner Seite aus wir sehen uns beim nächsten Mal was ist das denn jetzt dann will ich es halt nicht speichern ne wollte ich ja eigentlich auch nicht kann man das nicht einfach zumachen los mach mal zu nicht speichern genau zack da ist es weg hier das ist auch weg so ich bin auch weg guck ich mach nämlich meine Kamera aus das war es von meiner Seite aus bis zum nächsten Mal Peace out Vorhaut euer Ramses